Der FC Sand ist auch im fünften Spiel in Serie ungeschlagen geblieben. Gegen Tabellennachbarn SV Alemannia Haibach feierte die Mannschaft des FCS in Weiß-Schwarz einen ungefährdeten Erfolg. Von Beginn an ließ die Heimelf den Ball besser durch die eigenen Reihen laufen und kam so zu guten Möglichkeiten. Gästekieper Patrick Emmel das eine ums andere Mal gefordert. Ohne die Hilfe der Gäste hätten 200 Zuschauer im Sander-Seestadion aber noch etwas länger auf das erste Tor warten müssen. Das 1 zu 0, ein Prachtexemplar eines Eigentores. Christian Merz, der Unglücksvogel. Es war aber eine verdiente Führung der Sander, von den Gästen kam einfach viel zu wenig. Erwin Albert verlebte so einen treuchten Samstagnachmittag. Gleiches Bild im zweiten Durchgang. Haibach wirkte platt vom Todobokalspiel unter der Woche. Die Ordnung passte einfach nicht. Wann Pankratz nutzte das zum 2 zu 0. In der 60. Minute das Ganze. Es war bereits die Vorentscheidung. Denn Haibach konnte einfach nichts dagegen setzen. Matthias Hoff mit einem schönen Solo und einem noch schöneren Abschluss. Das 3 zu 0 in der 63. Minute. Und weil der Treffer so schön war, das Ganze noch einmal in der Zeitlupe. Dabei blieb es der FC Sand, feierte einen ungefährdeten 3 zu 0 Erfolg über den SV Alemannia Haibach und tankt so viel Selbstvertrauen für das Derby gegen die Schnödel am Mittwoch. Einzige Unannehmlichkeit, Torjäger Fabian Benkert musste schon in Halbzeit 1 verletzt raus und wird wohl gegen seinen alten Verein nicht spielen können. Eine Verschnauzpause gibt es auch für die Alemannen nicht. Am Mittwoch steht bereits das nächste Spiel auf dem Programm beim TSV Hauptstadt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017